Hallo zusammen, hier wieder bei Gronto Osmo 7. Heute mit dem Ferrari 458 Italia GT3. Einstellungen sind wie beim ersten Rennen, da habe ich nichts geändert, lief ja auch super. Und heute geht es zum zweiten Rennen der Ferrari-Ausforderung. La Cio Maggiore war das glaube ich, genau, Otto Drume La Cio Maggiore. Dann legen wir los mit dem guten Stück. Mal schauen, ob er sich hier heute genauso gut fährt. Oder ob ich wieder eine Menge Scheiße bauen. Scheiße, geht schon los. Da ist ja wichtig anstelle der Bremse. Ja. 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 Das war's. 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 Das war, Das war's. 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 Das war's.